Servus! Kapitel 15 Wüsste ich doch, wie ich dich loswerde. Hallöchen, hier sind wir in der Unterwelt. Achso, stimmt, eine neue Folge. Servus und willkommen zu Charleroi 1 wieder und zur Unterwelt, wo wir jetzt Hoji suchen dürfen und das auch von Erfolg gekrönt sein wird. Das sieht ziemlich geil aus, finde ich übrigens. Das sieht wirklich ziemlich geil aus. Hier dieses Tor, ultra geil. Da kommt gleich auch noch eine Stelle, grafisch. Das sieht noch geiler aus. Und da ist mir aus einem Fauxpas heraus, in der ersten Aufnahme, in der verlorenen Aufnahme, ihr wisst Bescheid. Ja, äh, nicht ein Witz. Ein Witz kann man sich nennen. Aber jetzt ist was passiert. Vielleicht kann ich das ja improvisieren. Mag sowas eigentlich nicht, aber vielleicht mal sehen, wie es haut. Äh, 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 das kann man sich nicht vorstellen, dass der, dass der Sprung funktioniert, du da, aber. So. Was? For a long time. He was banished. He's back. It's... complicated. I don't participate in my family's melodramas anymore. But I can show you the way to his workshop, and perhaps you can find some scenery that's a bit more... stimulating. Alright then. Let's head out. Hmm. Head out. Nicely. Sorry. Reflex. I used to be an asshole. Ah. Your side can empathize. So. Ah. Yeah. Now let's bring my dear head to Hoji. That's actually pretty good here. That's with the lighting and so. It reminds me... That was... I didn't say that before. Ah. In the first episode. Why are you helping me? What do you mean? Don't you and Hoji have a history? Do we? Tell me, mortal. I barely remember the bride. Oh. It's... Not worth discussing. How did you get to the Shadow of Elmer? I was drawn here. By a whisperer's memory. How did you do that? I didn't do anything. It happened when I destroyed it. It was mine, wasn't it? It was. Do you know what was inside? What they made me forget? Couldn't tell you. That's a shame. What happened to your body? It's alive. Somewhere. I think it's Enra's puppet now. How is that possible? An axe may sever my head, but it cannot take an ancient life. But how does Enra control your body? Through powerful wizardry mortal, you cannot imagine. And we're still connected in some slow way. Every now and then I can feel it walking, but it's not my head that's giving the orders. ... ... ... ... So, what was I going to say? In der ersten Aufnahme, ja, ich weiß natürlich nicht mit was ich da gelabert habe, aber wir wussten ja ins Hojis Labor, dann bin ich hier so durchgelaufen und haben gedacht, ja, hier Hojis Labor, und dann ist das Bohr hier so direkt in den Satz mit hineingeflossen. Hier, nach so vielen Jahren auf einem schlafen Fluss, wird einer leicht verabschiedet. Oh, okay. Und wenn du mein Körper sehen möchtest, mach mir das, um es zu Bitten zu hacken. Wir machen es. Okay. Xing. Ob der wo ein Xing-Profil hat? Ja, das fand ich ziemlich geil, nämlich diese Geschichte da. Ja, das erinnert mich ja voll an den Herr der Ringe. Mega mäßig an den Herr der Ringe, irgendwie. Überhaupt so die Architektur, die ganzen großen Tore und das Zeug, das finde ich schon echt ziemlich, ziemlich hübsch und erinnert mich mega an den Herr der Ringe. So, Köpfchen. Auf Wiedersehen. Du warst uns ein guter Freund. Tschüss. Äh, was? Nein. Das geht nicht. Zack. So, und jetzt töten wir Hoji, liebe Freunde. Ja, so ist es. Nein, töten wir nicht. Oder tun wir doch. Wer weiß das schon, was da jetzt kommt? Ich weiß es natürlich. Aber ich verrate nichts. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ich will ihn ohne dich. Du musst nicht mehr gegen jemanden kämpfen. Gib ihm deine Waffe! Was ist mit dir, Hoji? Ein großartiges Problem. Meine Waffe sette diese Welt auf einen gefährlichen Weg. Jetzt ist es für mich, um es zu retten. Also, wenn du mich entschuldigst, ich habe viel Arbeit... Entschuldigst du? F*** das! Get your ass down hier! Wir gehen! Das ist nicht vorbei! Ich bin Angst, deine Fehler. Ich finde es kathartik. Vielleicht, wenn du dich umgehen kannst, ich könnte deine Hilfe mit dir nutzen. Ich finde es kathartik. Vielleicht auch. Wie hast du mich gefunden? Ich habe deinen Bruder, Zay. Oder Teil von ihm. Ah, pein Zay. Das vorlorene Instrument von meinen verrückten Wissen. Sehr ähnlich wie du. Ich wünsche, dass ich mich entspricht, wie sorry ich bin zu beiden von dir. Siehst du, hat er seine Maske nicht. Er hat ein ganz komisches Gesicht. Und nochmal einen seltsamen Teil aufnehmen. Ah. Mal die Lester hier herüber schieben. So, wo ist der nächste? Na! Wo ist er denn? Wo ist der hier gleiche oder was? Das ist toll. Ich glaube, das ist jetzt ein sehr, sehr seltsamer Teil, den wir jetzt dann gleich finden werden. Oh, seltsam. Was könnte das denn sein? Oh, okay. Er reimt. Warum steht da nicht einfach ein Messer? Ein seltsamer Teil. Seltsamer Teil. Na? Mach du nur. Ok nein. Hallo Hoji. Na, was ist mit deinem Gesicht? Müssen wir jetzt erst irgendwas machen? Ich meine, ich kenn diese Stelle ja schon, aber... Es ist jetzt nicht, dass wir da was machen müssen. Ah. Was? Was zur Hölle machst du? Es ist nicht für den Servanten, die an den Aufgaben vor dir bemerken. Ich habe mein Platz gelernt. Nachdem die Blut verletzt, ich werde nicht mehr wissen. Geht. Für deine eigene Schutz. So das ist wie du deine Probleme behandle? Der große Eraser? Unsere Tod sind auf uns auf uns. Fuck das! Du zägerst deine Frau und verbrest deine Welt. Das ist schütz! Aber die Vergangenheit wird nicht richtig machen. Wenn ich folgen deinen Weg, meine Welt sterbe. Geht. 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 Wie? Geht. Ich hab. Geht. Geht. Your brother is a dick. Here. He'll want this. I wish I knew how to quit you. I'll hold you to your word, Lo Wang. Stopping Zilla is just a means to an end. I need to save her. And the realm. Fine. But we need to go back. Now. Step outside. Okay, let's go out. Uh... Ha ha ha. And let's go out. Ha ha ha. Can he forget? He'll never go out. Is this a plague for him? Yeah, at the beginning it was a plague for us. You have enough chi? I had some stashed in the land. Here. That should take us back to wherever you came from. Let's go. Let's see how good it works. Oh, it's done. But there is nothing. It's just a story thing. So, let's go. Ah, a light screen, of course. We can't even use it. We can't use it. No, I'll just use it. I'll just use it. Ah, what? We can't use it. Interesting. Ha ha. That's fine, of course. We know everything. We know everything. We know everything. We know everything. And that's we know everything. So, and then we go. Kapitel 16 Du hast es versprochen. Oh, stuck the landing. You got us closer to the ground. It's a start. Enough chitchat. Let's find that goddamn sword. Find Zilla und hol den letzten Teil vom Nubisurakage. Äh, ja. Äh, als hätten wir das nicht schon mal versucht. Moment mal. Ah, hier sind wir solche Bretter, die wir nicht durchschneiden können. Gut, gut. Na dann, äh. Achisien. Weg mit euch. Ja, dann bin ich natürlich schon auch an diese Stelle. Äh, und fand schön, dass das hier so blau dekoriert ist. Find ich immer noch schön. Das ist viel zu selten. Weil alles immer so rot eher. Rot gehalten. Wer schnarcht da? Schläft da etwa jemand? Oh, okay. Okay. Wekuner. Wirklich. Hör. кусher. Nh FM. Non, das rupees. Ach da ist doch noch einer. Na ja. Na du bist doch hier ne neuer oder? So. Na komm gib uns Sterne. Na? Oha ist nur zwei. Ja natürlich wir haben ja auch nicht mit Waffen gekämpft. Also nicht mit Schusswaffen. Außer jetzt mit der Armbrust am Anfang ein bisschen. Wir haben das komplett mit Waffen durchgezogen. Wäre es natürlich viel besser gelaufen. Sternemäßig. Aber wollen wir nicht. Dies ist mein Katana. Jene ist meine Kanone. Ein Ding zum töten. Eins zum. Gut das ist auch zum töten. Ja. Das ist ein Zitat. Das ist doch. Ich glaube das ist Full Metal Jacket. Ich glaube das ist Full Metal Jacket. So einer dieser dieser Gesänge die sie da immer dem 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 Vorgesetzten da nachsingen. Ich weiß die Militäre schon lange natürlich nicht. das. Jo. Müssen wir das. Ah. Äh. Hm. So siehst du. Die sterben nach drei Dingern nicht. Die sind somit mächtiger. Oder haben mehr. mehr HP. Mehr HP als diese Großkopferten. Die mit dem äh. Mit den Dämonenschädeln die wir da mal ausziehen. Oh nein. Komm. Na. Oh Gott. Mua. Komm. Der eine hier. Achso. Die brauen echt. Haben die hier denn jemanden. Da haben wir ihn sperrt. Wenn der nicht gleich so sterben kann. Boah. Aber das ist mies. Anderhalb Sterne nur. Fuck man. Und alles nur weil wir nicht richtig äh. geschossen haben. Bzw. ich. Ja. Ich habe ja gesagt. Wenn es schief läuft dann bin ich schuld. Wenn es gut läuft dann haben wir es gemacht. Hätte ich ja auch gleich geschossen. Dann hätten wir voll Sterne bekommen. Obwohl ist meine ich es lief jetzt gerade nicht schlecht. Ja. Aber es wäre mit Schüssen noch viel viel besser gelaufen. Viel schneller. So. Äh. Hm. Watt. Na haben wir schon. Also weiter geht's. Achso was. Machen wir schnell eine Speicherung. Eine Schnellspeicherung. Ich weiß jetzt nämlich nicht äh wann was kommt. Also weiß ich jetzt wirklich nicht. Also es war jetzt nicht irgendwie eine schnelle Speicherung. Weil ich weiß was kommt. Sondern weil ich wirklich keine Ahnung habe. Aber. Wir sind natürlich. Wir wisst es ja eher. Wir wisst es aus den Safe Screens. Es sind siebzehn Kapitel. Wir sind bei Kapitel 16. Also äh. Leichter wird es bestimmt nicht. Und es äh ist bestimmt nicht verkehrt. Ob zu speichern. Ja. War da nicht. Irgendwo meinte ich. Wäre was gewesen hinter so einer Wand. Aber vielleicht war das schon mal irgendwann. Keine Ahnung. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich erinnere mich gar nicht. So. Wirklich. Na. Oh. Okay. Alles klar. Ja. Eine Stelle an der wir schon mal waren. Und jetzt äh. Ist die Folge eigentlich schon drum. Aber was sollst. Da haben wir das mal schnell. Werde ich noch hier. So. Wollen wir uns sehen. Großkopf hat. Und das meine ich. Dass der Großkopf würde. Ah. Nein 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 nein. Sieh uns nicht weg. Äh. Aber ja. Der Großkopf hat. Gar nicht äh. So mächtig ist. Upsupsupsups. So. Wollen wir uns jetzt wieder. Na. Da müssen wir uns jetzt wieder. Da müssen wir uns jetzt wieder ein bisschen. Fuck man. Na. 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 Ähm. Das die nämlich gar nicht so mächtig sind. Wie jetzt zum Beispiel. Die mit dem äh. Mit dem Schild. Du wirst was ich meine. Also die mit den äh. Die komischen so eigentlich. Diese eingebordene. Die Schamanen Typen da. So viel. Mächtiger jetzt sicherer. Auf jeden Fall viel mehr Health Points. Als die. So. Da ist noch irgendwo so ein Spawner am Start. Und wir müssten uns hier so ein Schädelchen mitnehmen. Wo ist denn der? Ah ist einer. So haben wir jetzt nämlich wieder Dämonen Kopf. Bäm. Bäm. So. Wo ist er? Da ist er. Kleine. Oh. Und nochmal. Er hat auch ziemlich viele äh. Er braucht auch ziemlich viele. Dämonen Kopf. Mit dem Dorf zu gehen. Aber da sind jetzt gleich durch. Ja gut. Jetzt hat er noch diese. Seine. komische. Schutzschildgeschichte kurz bevor. Abkratzt. Oder zumindest. ist. Dass wir vorher einen Arm verliert. Oder halt das jetzt nochmal. Oder sowas. Kann ich jetzt gar nicht. Ach jetzt hat er nochmal so ein. Alles klar. Na komm. Da muss ich jetzt mal raus. Drauf gehen langsam. Freundchen. So. Wie gut der aufgestellt ist. So. Immer noch. Na komm. Jetzt muss aber langsam Schluss sein. Ach. Vögelchen. Natürlich. Sollte es denn anders kommen. Die Morgung ist mal die ganzen Steps noch kaputt. Geht für mich. Bis jetzt eigentlich. Hm. Dann. Na. War es das? Dann flattert irgendwo noch einer rum. Oder sonst irgendwas. Und das macht uns jetzt die Statistik zunichte. Oh ja. Irgendwo ist da noch einer. Irgendwo ist da noch was. Und deswegen kriegen wir jetzt den Stern nicht. Nicht. Na. Nein 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 nein. Das darf gar nicht sein. Unten vielleicht noch hat sich da irgendwie einer nach unten verehrt? Wahrscheinlich. Ja tatsächlich. Scheiße mann. Na toll. Ja nur 2 Sterne, klar. Es ist auch ewig gedauert bis der gestorben ist, der eine. Ah ne, mehr Gesundheit können wir uns gar nicht selber holen. Ähm, was da jetzt keine Gesundheit rumliegt. Sehr verwunderlich. Dabei war doch immer alles so voller Gesundheit. Ah. Aha. Wieste? Geht doch. Läuft. Puh, so meine liebsten Freunde. Jetzt wollte ich mal sagen. Da ist eine umgestoßene Lampe. Na komm, den plündern wir da mal schnell. Ein bisschen löten muss sein. Zack, 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 zack. Aha, Geld. Und... Einmal um die ganze Welt. Um die Taschen voller Geld. So, das ist ne alte Nummer von Kattelgott, glaube ich. Oder? Das ist Kattelgott. Ah, ja, die Schlüssel. Erinnere mich. Jetzt erinnere ich mich wieder. Die Schlüssel. Ein Schlüsselbund, liebe Freunde. Die nehmen wir in der nächsten Folge auf. In der nächsten Folge Shadow Warrior 1. Und die kommt schon wann? Richtig. Morgen. 18 Uhr. Und da sehen wir uns wieder. Bis denn. Ciao und Servus.